Ich hab doch nichts bestellt. Amazon gerade nichts. Ist es vielleicht Lego? Ne, Lego hat ist mein Bruder. Und das ist an mich gerichtet. Hm, was ist das? Kann das sein? Irgendwas? Teuseliges? Oder da? Ne, ich hab nichts bestellt da. Ich bin echt gerade offen, dass ich gerade nichts Neues habe. Oh, ihr seid auch schon da. Ja, ich grübel gerade hier drüber, weil ich hab ein Paket bekommen und ich hab keine Ahnung, was da drin ist. Diesen Mysterium muss ich also auf den Grund gehen. Also, was machen wir? Ein Unboxing. Ich war echt überrascht, dass als ich Post bekommen habe, gut, ich hab den Namen schon gelesen, denn es ist wieder der liebe Sven, der mir ein tolles Paket geschickt hat. Und ihr wisst, es gab schon ein Paket, hier gar nicht so lange her. Hier verlinke ich ein Mystery-Paket von ihm. Jetzt hab ich noch ein Paket bekommen. Ich hab keine Ahnung, was da drin ist. Lieber Sven, ich danke dir schon mal im Voraus. Ich hab keine Ahnung. Absolut ratlos. Es ist super gut verpackt. Das heißt, ich schneide das jetzt mit euch auf. Ihr seht, seid live dabei. Ja, ich bin völlig gespannt, was da drin ist. Außer vielleicht Verpackungsmaterial. Das könnte ich mir vorstellen. Der Sven bleibt beim letzten Mal ja auch sehr gut verpackt. So, diese Seite ist offen. Und diese. So. Ja. Wie ich sagte, Verpackungsmaterial. So, Messer erst mal zu. Ihr seht es. Ich stelle es hier hin und entpacke. Ein bisschen Plastik, ein bisschen Papier. Ein Umschlag. Okay. Ein Umschlag. Und dann. Ja. Ich sehe da schon wieder was drin. Wahnsinn, was da alles drin ist. Ähm. Cool. Äh. Was machen wir? Packen dieses hier aus. Ne? Dieses hier als erstes. So. Hier, komm. Ihr seht mit mir als allererstes. Ihr seht das vor mir. Ein Puzzle. Wow. Ein Ewok Puzzle. Also ein Wicked Poster. Quatsch. Ein Wicked Puzzle und Posterbild zugleich. Das ist von 1983. Wahnsinn ist das. Cool. Wicked ist ja einer der wichtigsten Ewoks überhaupt. Wahnsinn. Hier. Guckt euch das an. Absolut cool. Von Rückkehr der Jedi-Ritter. Wahnsinn. Und was haben wir hier? Ein Aliens-Comic von Heidke. Meins. Auch nicht schlecht. Guck gerade auf. Ob es eine Geschichte ist. Nach einem Comic? Ne. Irgendwas Neues. Irgendwas, was ich noch nicht kenne. So. Könnt ihr so ein bisschen sehen. Keine Ahnung. Das kenne ich noch nicht, das Comic. Ich kenne zwar ein, zwei, aber das kenne ich wohl noch nicht. Ja, was haben wir hier noch? Und hier kommt gleich was entgegen. Das sieht nach Videokassette aus. Nicht schlecht. Die Star Wars Trilogie. Diesen richtig interessanten Schuber. Aufgemacht. Richtig Klassiker natürlich. Neue Hoffnung. Gibt ihren Schlick zurück. Und Rückkehr die Jedi-Ritter. Gucken wir uns mal die Box richtig an. Auch die kultigsten Motive. Und da müssen wir natürlich auch jede Videokassette einzeln einmal rausholen. Fangen wir mal von unten nach oben natürlich an. Eine neue Hoffnung. Richtig schönes Bild. Auch hier hinten. Richtig cool. Zurück geschwult ist es. Mega. Und hier haben wir Imperium schlägt zurück. Auch richtig cool. Ja, Star Wars geht immer. Das geht immer. Rückkehr die Jedi-Ritter. Mein erster Star Wars Film im Kino. Denn Episode 1 oder bzw. Episode 4. Neue Hoffnung. Und auch Imperium schlägt zurück. Ja, war ich noch zu jung. Bzw. Imperium schlägt zurück. Hatte ich die Möglichkeit im Kino zu gucken. Das lief in der 52. Woche. Also es war wirklich. Damals waren die Filme noch echt so lange im Kino. In Hamburg in einem Kino. Ne, vom Hauptbahnhof sogar. Ich wollte mal hin. War aber das nicht in dem Alter. Oder war ich schon im Alter? Ja, ich war ich schon. Dass ich schon selbst geputschert bin und dahin dann gewandert wäre. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Hätte ich mal machen sollen. Denn der Film ist auf der großen Leinwand unbezahlbar. Wenn ich mich reingelassen hätte, wäre natürlich eine andere Frage. Richtig cool. Richtig cool. Und dann so in so einem Plastikschuber. Nicht schlecht. Das ist schon Hammer. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Mini-Verpackungsmaterial. Und dann ein Handbuch. Müsste das sein. Oder? Ja, ein Handbuch. Und zwar IF-22V5 benutzt der Handbuch. Ach, das ist von irgendeinem Flugsimulator. Müsste das sein. Das Handbuch. Ja, hier so richtig schöner Schwarzne. Und hier steht eben halt Version 5 von so einem Flugsimulator. Benutzte Handbuch. Muss ich mir mal schlau machen, wie das Spiel aussah. Richtig cool. Ich stehe auf Alte Games und das haben wir hier auch noch. Wings of Glory Spielanleitung. Das ist ein mega geiles Game. Habe ich auf dem Amiga gedaddelt. War richtig komplex. Aber richtig gutes Spiel. Richtig cool. Hier haben wir so richtig die Anleitung. Richtig mega. Auf sowas stehe ich ja richtig. Genauso wie hier. Wings of Glory Bedienungsanleitung. Auch hier richtig klasse. Gut, hier steht viel Schriftliches. Aber Wahnsinn. Arbeitszettel. Okay. Ach, das sind die Codes. Die sind zwei. Darum steht die sind zwei. Und hier stehen verschiedene Codes, wie man alle Waffen, alle Extras kriegen kann. So richtig. Ja, Spickzettel. Das hat man ja früher noch gehabt in den 80er Jahren. Um Lösungen rauszukriegen. So, weiter geht das. Ich nehme das mal komplett raus. Also, hier haben wir. Ein Poster von Magic Carpet. Auch ein Spieleklassiker. Richtig cool. Richtig cool. Magic Carpet war so eine Art... Wie kann man das nicht zeichnen? Man ist auf dem fliegenden Teppich geflogen, musste gegen Drachen kämpfen und so kleine Missionen erfüllen. Und hauptsächlich kämpfen. War richtig... Von Bullfrog. Bullfrog. Hier ein richtig cooles Spiel. Habe ich aber als Jugendlicher nicht so verstanden. Gebe ich ehrlich zu. Auch hier hinten. Richtig coole Games. In der Auflistung. Wing Commander 3. Mega. Gut. Golf war nicht mein Ding. Little Pack Adventure. Auch richtig gut. Magic Carpet haben wir hier. Wings of Glory. Mega. Mega. Das muss also bei Wings of Glory mit drin gewesen sein. Habe ich das? Mega. So. Was haben wir hier? Ellipsie-Warnung. Road Track presents the Need for Speed. Technische Referenzkarte. Nicht schlecht. Das ist Need of Speed. Die Anleitung. Nicht schlecht. Sieht natürlich jetzt nicht nach was aus. Hier haben wir noch weiter. Installationsguide von Wings of Glory. Nicht schlecht. Also übrigens auf Glory ist eine Menge. Und hier haben wir das Spiel Aces of the Deep. Das ist von Dynamics. Das ist eine Ur-Simulation. Das Handbuch. Ich kann ja auch sehen. So richtig schön. Hier sieht. Auch so ein Bild, was ein bisschen auch an das Boot erinnert. Natürlich deutsche Motive. Nicht schlecht. Das ist echt cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel habe. Aber auf jeden Fall richtig cool. Das sind richtig mega geile Sachen. So. Weiter geht es. Hier ist auch was Cooles. Ja. Das ist auch kultig. Die Schlümpfe. Die eine DVD-Box. Das ist DVD-Box 1. Die erste Staffel. Mit der Zeichentrickserie, die von Hanna-Barbera gemacht wurde. Die auch oft im Fernsehen gelaufen ist. Richtig kultig. Ich liebe die Cover. Ja. Richtig cool. Ja, Peo und die Schlümpfe. Ja, geht immer bei mir. Das geht immer. Wahnsinn. Guckt ihr euch das an hier, was ich hier gekriegt habe. Und hier schon kommt eine Figur. Auch nicht schlecht. Turtles. Ein Transformers Firefighter. Glaube ich jedenfalls. So ein Auto. Ich kenne mich mit Turtles ehrlich gesagt nicht so aus. Ein bisschen. Weiß ich. Also den kann ich in ein Auto verwandeln. So wie es aussieht. Nicht schlecht. Und auf Transformers stehe ich. Deswegen ist das schon geil. Hat schon was. Da muss ich mal sehen. Mich schlau machen, wie er sich verwandelt. Weil ich weiß, ich kann ihn hier jetzt aufklappen. Irgendwie. Und da aufklappen. Keine Ahnung. Das muss ich nochmal rausfinden. Richtig cool. Steht da? Ja, steht sogar. So, weiter geht's hier. Super Kickers. William 2. Kicker 2000. Auch ein Film. Das muss. William 2. Ah, das ist sozusagen. Sind vier Episoden der Serie. Ist nicht schlecht. Kickers ist, glaube ich. Super Kickers ist, glaube ich. Die Fortsetzung von Captain Tsubasa. Und den Kickers. So eine bisschen Neuinterpretation. Könnte es sein. Weiß ich aber gar nicht genau. Weil es sieht ein bisschen. moderner Hauptgemischt aus. Aber gut. Da habe ich vielleicht jetzt auch Quatsch erzählt. Auf jeden Fall ist Captain Tsubasa. Super Kickers. Sieht ein bisschen aus, ob es eine neuere Serie ist. Kann aber auch die alte Serie sein. Ich bin mit dem nicht ganz so vertraut. Ich kenne sie aber echt cool. Habe ich auch noch gar nicht auf DVD. So. Was haben wir hier? Ein Klassiker. Wirklich von den Coen-Brüdern. Miller's Crossing. Noch Sealed. Absoluter Kultfilm. Ist so ein, was kann man sagen? Das war so eine Mafia-Epos. Ein Drama. Richtig gut besetzt auch. Für die, äh, mit den Schauspielern. Wenn man hier Gabriel Byrne, ähm, John Turturro, Orbit Finney. Und die Coen-Brüder haben richtig gute Filme gemacht. Richtig guter Thriller. Wahnsinn. Richtig cool. Wahnsinn. Hier ist noch, und das war, der Wahnsinn ist, dass hier noch was drin ist. Neben Verpackungsmaterial ist es aber das letzte. Ein Klassiker. Mit Terrence Hill und Bud Spencer. Freibeuter der Meere. Piratenfilm-Klassiker. Äh, den habe ich wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Von KSM. Hat KSM noch so seltsame Hüllen gemacht, dass man gedacht hat, das sind Bootlegs. Stimmt aber nicht. Das war noch sehr einfach gehalten. Richtig gut. Ja, das, weil Spencer und Terrence Hill Filme gehen immer, auch das Cover ist mega. Das Ganze. Wahnsinn. Mensch. So, da ist nichts drin. Das ist ja Wahnsinn, was ich hier bekommen habe. Ähm, von echt Retro-Style bis, eigentlich ist alles retro. Richtig klasse. Alte Computersachen, die ich echt gebrauchen kann zur Vervollständigung und so weiter. Von Boxen. Ich stehe auf Bigboxen, PC-Bigboxen und, ähm, ich mag das wirklich ganz gerne. Diese alten Spiele, ich habe ja auch viele davon, ähm, ja, Transformers, auch wenn es Turtles Transformers ist, Transformers geht bei mir immer. Ähm, Schlümpfe, ja, bin ich auch mit aufgewachsen. Mein Bruder ein bisschen mehr als ich. Nein, was heißt jetzt Comic, ja, die Animationsserie ist mein Bruder eher fündig geworden, hat sie eher geguckt als ich. Aber ich war auch drei Jahre älter, also in dem Sinne sieht man das mal. Star Wars, ja, geht immer diese Reihe, das ist mega. Ja, auch gerade so was ganz Altes zu sehen. Wahnsinn. Ja, und Alien, das Comic muss ich mal lesen, das kenne ich noch nicht. Ich habe andere Alien Comics gelesen, aber es gab auch so viele, die habe ich nie alle gehabt. Wahnsinn. Wahnsinn. Auch so ein schöner Krimi-Klassiker. Ja, hat mich echt begeistert. Danke dir, lieber Sven. Das ist eine echt geile Überraschung. Was sagt ihr jetzt, außerhalb von Sven? Ihr müsst jetzt mir mal sagen, was ihr dazu sagt. Was ist da euer Highlight? Und ich muss sagen, wenn ich mich jetzt so auf ein Highlight, lege ich mich auf zwei Sachen fest. Filme, das hatte man wirklich mal in der Kindheit. Das hatte man auch damals mit Videokassetten. Ich habe das auch in zig Versionen gehabt. Das ist ein echtes Highlight, weil die Filme mega sind. Ich kann sie mir heute immer noch gerne angucken. Aber ich muss sagen, das hier ist mein Highlight hier draus mit, weil ich hatte das noch nicht. Und das ist einfach mit dem Motiv ein Stück Kindheit. Auch wenn hier eine kleine Beschädigung ist, ihr habt es gesehen sicherlich. Das stört mich gar nicht. Das ist Wahnsinn, das überhaupt mal zu besitzen. Das ist echt ein Stück Kindheit, weil die Zeit werde ich nicht missen. Und natürlich auch die Bigbox-Spiele-Sachen, die ich echt klasse finde. Ja, Wahnsinn. Also mit Manga und Anime, du triffst da echt meinen Nerv, lieber Sven. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich verneuge mich. Es hat echt, wow, wow. Mir fehlen wieder die Worte, weil es ist einfach nur, ja, mach. Wenn mir die Worte fehlen, soll man nicht weiterreden. Hat mir mal kurz ein anderer gesagt. Und ich tue es trotzdem. Da unten liken, teilen, abonnieren. Da freue ich mich am meisten drüber. Und ja, kommentieren. Eure Meinung ist gefragt, eure Gedanken. Ich habe es jetzt alles gesagt. Und ja, danke nochmal. Lieber Sven, du hast sozusagen das letzte Wort. Deswegen danke. Mach's gut. Tschüss. Ich habe es jetzt alles gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020